Die gemeinsame Körperschaftsdatei ist eine deutschsprachige Normdatei zur Ansetzung von Namen von Körperschaften. Sie wurde vor allem zur Erschließung in Bibliotheken eingesetzt. Die gemeinsame Körperschaftsdatei entstand in den 1970er Jahren aus den Körperschaftsdaten der Zeitschriften Datenbank. Sie wurde ebenso wie die Schlagwort-Normdatei und die Personennamendatei gemeinsam von der Deutschen Nationalbibliothek, der Bayerischen Staatsbibliothek, der Staatsbibliothek zu Berlin und seit 1997 der Österreichischen Nationalbibliothek betreut und aktualisiert, wobei sich mehrere Bibliotheksverbünde beteiligten. Die zuständige Redaktion lag bei der Staatsbibliothek zu Berlin. Im April 2004 enthielt die GKD über 915.000 Datensätze. Ende April 2012 ist die GKD mit einer Anzahl von 1.145.000 Datensätzen in der gemeinsamen Normdatei aufgegangen. Struktur ebenso wie bei SWD und PND werden als Regelwerk die Regeln für die alphabetische Katalogisierung angewandt. Darin ist unter anderem festgelegt, was als Körperschaft zu gelten hat. Darunter fallen unter anderem Gebietskörperschaften und Personenvereinigungen wie die Firma von Unternehmen und Vereine, aber auch Kongresse und Ausstellungen. Zusätzlich zu Namen einzelner Körperschaften enthalten GKD-Datensätze Verknüpfungen zu übergeordneten Körperschaften sowie früheren und späteren Namen. GKD-Datensätze werden eindeutig durch eine ID-Nummer, die GKD-Nummer identifiziert. Die GKD-Nummer besteht aus Ziffern und enthält an der letzten Stelle eine Prüfziffer, die auch X lauten kann. Die Nummernbereiche werden nach Bibliotheksverbund in Kontingente aufgeteilt, so dass für neuere Datensätze festgestellt werden kann, in welchem Verbund sie angelegt wurden. Die GKD ist für Informationssysteme in Bibliotheken und in anderen Bereichen gemeinsam mit PND und SWD über die DDB auf einer Normdatei CD-ROM oder über eine Z39-Schnittstelle erhältlich, allerdings in der Regel nur gegen Entgelt. Zum Austausch der Normdatensätzen existiert ein eigenes MAB-Format. Früher wurden Mikrofischs verwandt. Die mithilfe der GKD ermöglichte Suche nach einzelnen Körperschaften ist Bestandteil vieler Kataloge. Beispiel eines GKD-Datensatzes. ID-Nummer Ansetzung Institut für Bibliothekswissenschaft und LT Berlin und GT Bemerkung Quelle Thelm an die BL-Abkürzung IFB-Daten zur Körperschaft 1. Oktober 1994 1. Verweisung Universität und LT Berlin Humboldt-Universität und GT Institut für Bibliothekswissenschaft 2. Verweisung Universität und LT Berlin Humboldt-Universität und GT Philosophische Fakultät und LT 1 und GT Institut für Bibliothekswissenschaft Früher Name Institut für Bibliothekswissenschaft und Wissenschaftliche Information und LT Berlin und GT Ländercode XAD Das Beispiel ist nicht direkt im internen PK-Plus- oder MAB-Format angegeben. Verweise zwischen GKD-Datensätzen Die Datensätze der GKD können aufeinander durch frühere, spätere Namen und zugehörig zu verweisen. Das folgende Beispiel enthält einen Ausschnitt.